Kornola! Ich bin jetzt der Witz. Wer ist denn? Wer ist denn? Jetzt kommt der Witz. Du sollst das auf meinem Geschmack sein. Er wird alles in meine Geschmacken, wenn man ihn mit dem Verlangen hat. Jetzt kommt der Witz. Jetzt kommt der Witz. Ich bin der Witz. Ich bin der Witz. Ich bin der Witz. Ich werde mir meine Wiener Beleid. Ich bin der Witz. Ich bin der Witz. Ich bin der Witz. Ja, ich bin jetzt wieder und da, ich bin nur ein Wettbewerb. Jetzt kann ich dir ein Wettbewerb mit mir sein. Wir werden nicht in der Lage sein, wir werden in meinen Wettbewerb, wir werden in den Echt leben, wir werden mit ihnen leben. Ich habe alles bekommen, ich habe mich auf einmal gewonnen. Warum? Weil mein Zeitpunkt kommt, du hast ja schon wieder mal gekommen. Was die Angst hat, was ich mich für einen Schraub? Baut es nicht mehrôbbar. Baut es nicht mehr als Schraub, aber auch nicht mehr so vieles, ich weiße nicht mehr als Schraub. Ich habe einen Schraub, nicht mehr so vieles in einem Schraub. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Untertitelung. BR 2018 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 Strategie Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay guys, Mujhe kuch bole la hai. Strategy is an action which is always there to achieve the objectives. Do you remember all the examples we have seen for strategy? Do you have a good quality? Das war die Fiber Optik, die heute keiner hat. Das war die Strategie. Wir haben heute ein neues Wischewer gesprochen, welches Name ist, Remember? Wir haben die Ansof gesagt, Ansof Matrix gesagt, dass sie 4 Fälle sind. haben wir ja 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 Das heißt, jeder jemanden hat, dass man mehr will. Und wenn man mehr will, dass man mehr will, dann muss man wieder ein neues Produkt starten, oder man kann mit einem neuen Markt starten. Und immer noch ein neues Produkt, und ein neues Markt auch ein neues Markt. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir sprechen von Market Penetration, wenn wir ein Image sehen, das gleiche Produkt ist, das gleiche Markt ist. Das bedeutet, dass wir vier Möglichkeiten werden können. 1. Market Penetration. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 12. 13. 14. 14. 16. 15. 21. 22. bei Vielen Dank! Have you said that our bidder 성공? Every single man in the 50� betracht5 literator is 5 literator. The poor people will say about 1 literator, they will also show us later and see. The Applause Die is just it, the market is just it. Edible Oil business. In Aurengavad the brand changing and you are able to catch more. Even in market penetration. Hey guys, come on. I gave you more example next to another example. Do you remember that? What you said? The same product in NaNo, the same India. The product is the same and the same. backte ich habe nur die Nacken geändert, nur die Nacken, die Nacken geändert hat. Die Nacken, die Nacken geändert hat, die Nacken geändert hat. Morgen hat ein Kind von mir gegen den Klass ausgewertet. Sie hat ihn durchgeführt. Sie schütze ihn durchgeführt. Sie fragen sich, warum hat ihn durchgeführt? Sie sagen, Herr, Sie stellen Ihnen einen Zusammenhang mit dem Punkt. Sie haben mich über diese Grenze verletzelt. Sie sagen, das ist ein neiges zu tun. die ich nicht ich nicht nicht ich habe ja 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 und es ist es es ist es diese ist ein minuten brauche keine Ahnung größte beruf und die 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 oh oh b oh oh bhai rade rade hariyom desire ab dekho bhai maruti ne bale shift desire lai lai uske baad mein unhone brise ko laia baad mein ignis ko laia oh bhai rai ye agar product development hai haa to nano ka jo trodha change keya wo bhi product development kyun nahi hai lad liya mudhse bole aap eek doodha sa car me change hoa to aapne wola ki product development hai phir nano waala bhi product development kyun nahi hai hai aapko samadhan nahi meire question kaya hai bhai nano jo car hai na pehle bhi nano dhi abhi bhi nano jay nano old nano new image kaya tere are you aapbatao des air die des air se brezza ja des air se ignis ein paar complete perivertan ein complete product development hier penetration ho nis saktet tohra change naihi hai kia aapko kia aapko des air mei or brezza mei warag nai samahtta gai aap jitne loo car ke showkin haap samahtte ho des air eek sedan kare aap brezza johana sedan gar naihi hai woh yeh exuvikar hai yeh Das ist ein bisschen anders. Ein SUV-Car wird gesagt. Wenn wir über Ignis sprechen, dann ist es ein Hatchback. Es ist ein ganzer Typ. Die haben nicht die Hatchback gesagt. Die Hatchback gesagt, sie haben einen Hatchback gesagt. Und sie sagen, dass ein SUV kommt. Das ist ein SUV-Car. Das bedeutet ein bisschen ... wie ein Bollero, Scorpio. Das ist ein SUV-Car. Das ist ein SUV-Car. Das bedeutet, was ein großer Fahrzeug und ein Sport-Version? Das bedeutet, dass sie ein Fahrzeugen fahren. Land Cruiser. Wie Sie sehen, das ist ... Land Cruiser. Fortuner, Fortuner. Toyota Fortuner. Die Leute von mir verstehen, die die nicht verstehen, dass wir nichts tun können. Aber die Leute von einem Schocken haben immer mehr. In der Welt gibt es vier Sachen. Alle sind nicht gearbeitet. Ein Hatchback, ein Sedan, ein SUV, ein SUV. Das ist die der Prä系. Sie haben nichts gemacht? Nein, nein. Sie sehen, sich hier, in meinen Augen. Sie sagen, dass Sie die Erwerbegrôi-Leute, das eine komplett neue Produkte ist. Und noch damals, im nächsten Jahr, noch ein bisschen, die Verteilung haben sich verraten. Das bedeutet, die Verteilung nicht voran ist. Die Verteilung nicht war. Die Verteilung hat den Menschen verändert. Der Pfeilung hat einen Stuhl-Sinkern in Bergführung hat, ich habe einen guten Spieker, ein Dengke AC. Ein bisschen, 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 und sie sagen sie das. Wie wird die Veränderung von solchen Veränderungen auch die Kunden zu beherren? Ja, ja, ja. Und dann, dass wir die neuen Produkt von dem Kunden auch die Kunden zu beherren? Ja, das wird, dass die Kunden nicht die Veränderung von der eigenen Wohnung nicht gut ist, wird er verletziert. Denn was ist das? Das ist die beiden. Die Usage ist. Das ist, dass die Stadt in einer Stadt eine kleine Karte ist. Aber wenn man sich, dass man hier viele Leute übernommen hat, dann muss man ein paar Tage übernommen haben. Dann sollte man für Freize gehen. Denn es ist eine eine comfortable Stadt, eine große Karte ist. Und was sagt, was... Was sagt er, dass sie auf die Straße geht? Er ist auf der Karte. 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 er konnte nicht er hatte die erste die 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 hundern und die hundern die hundern wie gehen wir hierher du kannst die hundern die hundern und die hundern die hundern ja die hundern die hundern was ab ja 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 Wir können die Marketing-Prenetration machen? Wir können nicht Produkten? Sie können? Higzo? Wer immer mit Graben sind, Herr Higzo, die in Markets sind, und die Mädchen haben, Sie können auch die Graben. Higzo, was sie? Die Higzo sagen Sie? Ich bin ehrlich. Sie sind heute gerade in dieser Higzo-Bazahn-Mail-Mail? Die Higzo-Bazahn sind schon sehr gut. Sie gehen einfach an den Higzo-Bazahn. herriere kusht biai na ek-tata ka naia series launch hohen edo koi gadi a tata hexa so doostho batao je abhi agar galt java dina pord dehnge aapko market penetration product development data ke libe abhi concert clear ke nai ek company aysa nio kuch eek bachawla eek company market penetration product development bhai eek company 4o bhi formula apna sakti hai jeet ke libe me kuch bhi kar jauunga nai samja aam eek kya bhol raho hon bhai koi company naino ne naino ko sudhara market penetration ab tata naino ke sat sat me tata hexa launch kiya eekdom clarity hai keo u me nai aagay basa to ici soch ke saath met ok abbaat kerenge market development ao kuch acchi wat kare kaha cola market development mtlamb same same product Die, 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 die. aber der neue Marker wird. Sie sagen, Sie wissen nicht, Coca-Cola ist die USA. Sie ist in 1930. Sie haben immer wieder zu machen. Sie haben ihre Produkte in die 202 Länder geöffnet. Sie hatten vorher auch Coca-Cola. Sie haben auch Coca-Cola. Sie haben auch die Produkte. Das ist die Marker. Sie sind hier lustig. This ist die Daten weiter. Leute, Coca-Cola ist die inaugur. Was ist angemacht? Das ist in mir. Coca-Cola ist mit 94% der Weltsekteapaferien. Sie sagen, sie sind die Welt der beste sexe Weltkrielle Produkt. Okay, Coca-Cola ist nicht zu verstehen. Sie haben eine Wolle-Wolle. Tja, hierherhera Lars. Was haben Sie geschrieben? In 202 Ländern, in diesem Moment Was haben Sie geschrieben? Expansion Sie schreiben Sie schreiben Wo bin ich? Okay, keine Ahnung Koka Cola Worldwide Das ist sie Wo ist das? Was das denn? Was haben sie gemacht oder nicht? Was jemand blind? Sie die. Sie gibt es auch besides die Besp kickseller Sie gibt es auch Ich weiß nicht, ich will nur eine LINE sagen, die sagen, Coca-Cola und Pepsi sind die Rivals. Rivals bedeutet, dass ein kompetitor von einem anderen zu verletzen ist. Das bedeutet, dass es so ein schwerer Spieler ist. Das bedeutet, dass die beiden einen anderen nicht so gut sehen können. Denn die beiden, und immer noch die Nummer 1 ist, dass es keine Frage ist. Coca-Cola ist eine sehr dumme Sache. Pepsi ist die letzte Generation von der Kindheit geworden. Coca-Cola ist ein lange Zeit. Das ist heute nicht ein Land. Es hat sich schon seit Jahren gesehen. Was haben sie gemacht? 200 Länder. 200 Länder. Was bedeutet das? Product Development oder Market Development? Einmal so war ich in Switzerland. Ich habe eine Coca-Cola gesehen. Ich habe mir gedacht, Coca-Cola kann man etwas ansehen? Nein, nein. Produkte ist das gleiche. Nur was ist das? Es ist verändert. Was bedeutet bei Coca-Cola, nur Coca-Cola in den USA? Das ist die Welt. Und die etwas ist bei Coca-Cola in India. Die Leute werden in einem anderen Land. Das ist bei Coca-Cola im D attempts. Ja, es wird noch nicht in der kleinen Welt. Ok, jetzt alle. Ich wollte dazu noch nicht ein Mensch sprechen. Ganz auf meine Lehrer. Brother und Frau, wenn ich einen Tipp für dich zu fragen. Ich bin , Everything Apple also has done. Apple phone kia baat kar raha ho mein. Kya inhohne market development kiya hai? Apple joh company hai, inke owner ka, inke founder korn hai? Har koji jahnata hai. Abhi ka Filal ka CEO korn hai? Team cook. Kya wala amin u ka team cook? T-I-M-C-W-O-K, cook. Sir, ye bhanda korni, ye wohi bhanda hai, jisne zinia mein, mullab, aisa lagta na, ki Steve Jobs marge hai. Ab company ka kuch nahi hoga hai. Ye woh insaan hai, jisne merti hoi company ko sahara dheke, aaj itna oopar laga hai na. Apple is one of the top most, most valuable company of the world. Abhi out there hume, aap ko aake li ke jauunga. Pehle baat kar ngay apple ki. Sir, apple kitne country mein wikta hai? Aayye ita dhekhi. Ye hai apple aap ke saamne. Screen pe dekhna chahiye. Kya likha hai? Founded in kub? April 1, 1976. For your kind information, Steve Jobs introduced this company for the computer business. Only computer he wanted to sell in India. I mean world. He never wanted to start mobile phone. Dhekho bachcho, computer se nikla. Or mobile mein khusa. Naam mobile se prasidya usko bach jyada mele. Or isi liye uske company naam pehle kya tha. Kis ko bata hai? What was the name of apple earlier? Mango. Kya? Mango. Baita, yeh yeh yeh. Apple mango tha hai. Baita, kya hai? Howla hai, kya hai? Soch hai, soch. Baita, yeh. Baita, yeh. Baita, yeh. I.T.V. Bana raha hai hai. Ista kya haina naam badea ke hoonhne Iska naam appleinc dot ka diya. Maktab apple incorporation ka diya. Baita, wana is company naam aaja apple incorporation hai. Yeh company sa computer tak simit nahi hai. Macbook toa ata ieh. Lap-top pa inka favsa deff famous as ka gya hai. Mobile phone s. Sir, ya appeal kiwaara ba 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 pra. warte konto ja 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 Das ist eine Frage, dich zu hören. Darum, zu hören. Market Development ist eine solche Sache, die der Brands werden kann. die Leute zuhren, die nicht der Market Development für die nichts wie die Marke-Developpment kann. Wer nicht der Brands hat, E.g. wenn Apple nicht viel Famous ist, dann heute nicht in India. Die Branchen müssen sich önergelt und gehen. Man sagt, dass die Branchen sich önergelt. ich habe einen anderen die Namen, die Karten und die Karten und die Namen der anderen die Karten werden. Jeder, der eine Beispiel ist, ist der Haldiram. Haldiram war ein lange zurück. Haldiram, der Haldiram ist wer? Eagrawal, die Menschen sind. Er hat sich die Verkaufel verbringt. Er hat sich die Verkaufel verbringt. Er hat sich die Verkaufel verbringt. Er hat sich nicht hierher gesagt. Er hat sich die Verkaufel gesagt. Ich habe also einen HALWAI gesagt, HALWAI bedeutet, ich muss das, dass das ein HALWAI bedeutet. Das war die halanche Dinge für die HALWAI und die HALWAI, die BASIC des HALDIRAM ist. Also was das die HALDIRAM? Es ist doch halt dazu, dass nicht die HALDIRAM ansteher nicht. Sie sind mir nicht im HALDIRAM, den Nackpurgh, das stand Nackpurgh. Sie sind sehr lieb, dass Sie die Das ist ein Mann, der in der Stadt ist es. Und diese Mann, der jetzt ist es der Nackpur. Die ist der Honor, der in der Nackpur ist eine eine andere, die hier in der Stadt, die 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 heute auch noch leben. Ihr könnt, jetzt gehen wir uns mal mit ihr, dann können wir uns mal wiederholen. Und dann, bitte, ich bin so lange lange, wie viele Leute sind? das ist der Haldiram der Ternur heute hat 4,500 crores 4,500 crores and the best part ist wenn jemand in der Welt und in der Mall dann habe ich Haldiram diese Haldiram ist eine sehr gute Ausbildung denn die Indien sind in vielen Ländern und alle haben die Haldiram die Schö und die Menschen dann können die Haldiram so bei solchen Zeiten die Haldiram die Haldiram also die Indien dann die Haldiram dann kann man hier die Haldiram und wenn du auch über die Haldiram nicht so der größte da war, das war nur die Alu Buzia. Was es verdient einen Produkt, eine Alu Buzia? Ich habe gesagt, was es eine Produkt zu 이건? Es war es er hat sich, er hat sich eine Produkt zu bewustbaren. Aber sie habe diese Produkt zur Verwechslung. Sie haben die Development der Verwechslung. Der ist es der ganze Produkt, in der ganzen Welt. Herr, bitte, was die Haldiram. Das ist ein Überschuss, Baby. Haldiram hat sich für einen eigenen einen corporateen Achievement vorhanden. Was das im Namen von gosh, was das man? Bol Elole-ish? Was das auch nicht? Was das Al percebe? Opa! Wir sind in der Vierkenntnis, die ihren Kriere durch die Auf Wiederherrscht hinterher finden. Jetzt bist du für die Huz단 aus den Nachpuren. Dann ist es bei Snack, bis Beverages und was in der Frözen Food. Und kann man sich den Sarschern erklären. Ein Sarschstein zu machen, wenn man wenn keine Alweh bekommen will, ist sie durch seineтерne oder gehen. Kaka Halwei hatte in einem Zeitpunkt. Im Zeitpunkt, da war die hier eine der Bedeutung. Man sollte sich dass man größte, Wollt ihr schon sehen? Chittad und das sind so viel von anderen. Chittad nicht überrascht, sondern überrascht. Es gibt überrascht, und wenn ihr so viel von den Menschen, dann können wir die Chittad euren. Die größte die Chittad euren für diese Sachen. Also, es gibt einen neuen Mann, zwei Uhr, der zwei Uhr, die zwei Uhr nicht, zwei Uhr kommt, die ihr für ihre eigene Schrift ist. Der ist eine neue Schrift, der üben will keine Schrift, Es wird nicht in der Welt sein. Es gibt auch ein Schwag und alles. Aber ich habe es gelernt, dass Sie einen SM-Bus haben. Sie sagen, nein. Sie sagen, okay. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Und ich habe diese Dinge, ich habe sie gelernt, dass Sie so gut arbeiten. Let's sell it out, all across the world. All across India. Sie sagen, es kann man sich in ein paar Jahren mit Haldiram. Aber was es hilft, wenn man in Pune in Pune hat, Pune in Pune hat. Sie sagen, die Dillische Leute, haben Sie hier zu essen? Ich verstehe, wenn Sie nicht wissen, ich bin sehr glücklich, als ich in Dillische, und in Haldiram zu essen. In Indien gibt es so viele die Dillische Leute in Indien ... ... ... ... ... waishali ist ein Mann, waishali ist ein Restaurant. Was die Marke? Was die Mannschaft? Das ist ein Mannschaft. Waishali ist ein Restaurant in Puna. Ich habe... Ihr habt euch auch noch andere Fragen. Wir haben Waishali gesagt, dass sie einen Mannschaft in einem Produkt, dass ihr ein Nummer in der Welt ist, dass ihr ein Nummer in seinem Produkt. Das ist ein Nummer. Das ist ein Nummer. Ich bin nicht erlaubt, aber wenn man ein Produkt ist, dann kann man nicht so gut sein. Ich habe viele Mal gelernt, er hat einen ganzen Ort gelegt, aber ich bin nur ein Job. Das ist Wadesshor, die in der Stadt zehn Branchen sind. Wadesshor, die Wadesshor ist immer noch viel, obwohl es nicht so gut sein wird. Aber wer weiß, was es braucht? Das ist ein Subjekt, dass es nicht so gut sein kann. Es geht nicht so gut, es geht nicht so gut. Ich bin so gut. No, das ist die Jungen gesprochen worden. Sie haben heute eine Brand gesehen. Ja, ihr habt eine Evelie der Karte gesehen. Ja, Ihr habt ihr Evelie Karte gesehen. Ihr habt auch einen Brand gesehen. Hier ist Pune. Aber der erste meets eine Karte war. Saya hatte einen Karte gebiage. Ich habe mir erzählt erneut, Ich habe gesagt, es sei denn sie gibt schon imמ�ızes Ich habe einen Blick auf auf Google gesagt, sie haben sie gehört, es gibt es auf Market Development. Sie haben dikkelt auch in den Unternehmen, was es gibt. Nein, nein, ich hat gesagt ich habe gesagt, dass meine Produkte so groß ist. Sie haben gesagt, dass sie nicht der Produkt denken. Sie hat gesagt, ich wollte sagen, ich habe gesagt, ich habe sie gehört, aber ich habe eine Chai. Ich habe mir gefragt, dass ich mir meine Client habe. dass ich einen die USA sagen, was das? Wir kaufen auf Starbucks Starbucks. Starbucks? Heute ist es der Welt. Wenn du in Starbucks sitzt, okay, ich bin in Starbucks. Leute haben die Check-In verhaut. Warum? Brand. Was ist der Brand? Man hat auch immer Coffee, aber es ist der Brand. Aber es ist der Brand. Man hat sich nicht mehr zu verhaut, dass er so schlimm ist, was er in der Verkaufnahme ist. Aber es ist der Brand. Du fühlst dich, oh, du bist in Starbucks. ich habe eine Sache. Ich habe gesagt habe, den ich habe, dass Starbucks so viel wird, so viel in der Welt gehen. Was ich machen? Sie sind möglich. Ich habe mir gedacht, dass alles möglich ist, ver chic, nur 1, 2, 3, 4, 40 Brands. Und die Brand der größte Sache ist das, die anderen in den nächsten Jahren. Es geht über die Mumbai und die auch über die Mumbai-Mahne und die auch über die Highway. Das ist die Markt-Developpant. Please understand one thing guys Esa nicht, dass die Kaffee von Kaffee war mit einem Kaffee Er war schon mit 25 Jahren zu Kaffee Er war schon mit Kaffee Er war schon mit Kaffee Jetzt ist alles zu sehen Es war schon mit Kaffee von Kaffee Kaffee war die Kaffee von Kaffee Die Kaffee von Kaffee war die Kaffee Was ist die Kaffee? Das ist die Kaffee von Kaffee und dann sagen Sie, Sie sind die Leute zu wissen Ich habe die Kaffee von mir am besten Das ist die Kaffee von Kaffee Mit dir lachen Sie Check out any city of India guys Es ist die SBC website Es ist die SBC market development Es ist die SBC market development Das alles alles masche, die ganzen cities Züge sind die alle market development Market development, Market development Product auch ist auch ES, ES, SH, alles alles Product Development, Product Development Nein, Market Development 159 Yamananagar Freunde, das sieht aus Dhanda nicht zu verändern Das ist der Bildschirm. Alles klar! Die Welt muss man sich auch viel betreiben und sich mit diesem Geschehen. Alles klar! Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass ihr die Konzer der Marktdoller-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker-Marker. Now, wir werden unsere letzte Punkt sehen. Dei, ein Minitier! Du hast meine Ex-Example gemacht, oder? Jaa Du hast du mit den Beispiel auf die Lehre zu studieren? Ich habe das nicht. Wenn du ein Beispiel studieren, dann wird die Lehre zu studieren. Ich will das, dass ich dieses Konzept mache, in 2-2 Minuten kann. Jaa, das ist die gleiche Produkt, die ich mir am Arker gerede. Das ist die gleiche. Das ist nicht die Weg zu verstehen. Ich habe gesagt, dass SM-Kol. 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 Und in dieser Klasse-Kol. Das ist die größte Bedeutung. Ich denke, dass die Leute schon in der Familie ein Business haben, sie können sofort eine Exeggution haben. Und die Leute in der Familie keine Business haben, sie werden dann ein bisschen Zeit bekommen. Aber ich sage, dass die Leute in der Familie ein Business haben, und die SM-Cutze, wenn sie ihre Eltern nicht gewöhnt haben, dann sind sie nicht gewöhnt. Die SM-Cutze sind nur für die Bücher zu schreiben. Ich will das für das. Die SM-Cutze studieren, wenn wir uns über die Riesstetärer sind, dann gehen wir über die SM-Cutze. Denn diese Sachen die Menschen nicht verstehen. Die Menschen denken, dass es nicht alles ist. Es ist in der Welt nur Strategik-Management. Everybody come and considerate. Jetzt sprechen wir über Diversification. Product ist auch ein neues. Market ist auch ein neues. New Produkt ist ein neues. New Produkt ist ein neues. Das ist ein neues Diversification. Sir, das auch Leute sagen. Product ist auch ein neues. Market ist auch ein neues. Listen, ich gebe dir ein Beispiel. Du hast mit Gottrech zu gehen. dass er nicht ernst macht. Gottrech! Gottrech. Er hat sich in diesem Bereich eine diversifizierung gemacht. Ihr denkt sich, dass Godrej nur Locken gibt. Das war mit dem Locken begonnen. Das war der Timeline. In 1897 wurde Godrej in 1897 geformt. Heute, bis 130 Jahre vorhin. Godrej introduced 1st Lock in 1897. Als er in den Ingresen war, war er immer Locken. In 1897, in 1902, er hat die erste Zeit gemacht. And then they started Soap-Business and all that. Vegetable Oil. Er hat sich gesagt, was die Typewriter? Can you see the diversification they have done? Wie viel Geld in Locken? Er hat 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 er hat. Er hat er hat er hat er hat. Und heute sind wir hier in 2014. So. Launching auf Launching. T launched, BPO launched. Er hat eine Sache verwendet, was mir gut ist. Er ist in der Food-Business. Hier. Vegetable Oil. Agrowate. Er hat er hat er hat er und Das ist der Mann, der Böse zu machen, der Böse zu machen. Poultry worms. Und ich habe zu wissen, wenn ich sehr klein war. Ich war in 7th Standard. Dann habe ich gedacht, dass Gottrech Poultry-Feeds ist, in Puna, in Chakhanerien. Gottrech Poultry-Feeds. Sir, wie geht es mit euch? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten... Wer war mit dem Korn? Midge. Mekka. Und wir wollten diese Böse. Wir hatten 1,000 Kompter und wir wollten die Böse zu kaufen. Dann sollen ich mich gefragt, vielleicht ist es der Gottrech Poultry-Feed? Gottrech Poultry-Feed ist. Gottrech Poultry-Feed ist. Exporten die Mekka-Feed zu essen. Die Mekka für eine Mekke will die Mekke eich, die Mekke zu essen. Er hat sie Mekke gefühelt und sie hat sie. Er hat eine Mekke, die Mekke zu essen. Da ist Mekke und sie nach Mekke übert. Ich habe gesagt, sie hast aber einen Beste gesagt. Ehh, douddh naih diethi mordi koji Aysi kuhnse mordi hai Inke mordiha douddh diethi hai, pata naih kya kerti hai Kuhnse Kuhnse mordi lia hai bhai Aysi kuhn Wera, tumhari mordi hybrid hai Okay anyways, hauli mordi henge Par merah eek sawal hai, dhyan sa dekhna, idhar jomai karao, idhar meri aakho mein dekhna Pahal e samjho na, inhohne log se shuruat ki Beshna chalou ki eek godrej ke ande, aapka dhek na godrej ke ande, eek proper packing me aate Jho log ande ke shokin ni khaa saakta hai Mai toh khaata nahi ho aise Mai toh jayan ho khaata hai nahi Godrej eggs Buy fresh eggs online, godrej natures basket Kya admi hai log beshta kya ande beshta hai? Sir, eek baat batao Aawaz kaya ki aamari? Oh sir, okay Yeh sab bant katao, mire baat data bot ho gaya She is at the next one Above the top of the second we see In the upper bars, we see a little nature's basket You should have seen a little nature's basket From the top of the next one And in the upper bars, we see a little nature's basket Our store is at the top of the next one There is also an inch bulge During one and above And inside the upper bars dass ihr Produkt neu ist? Es gibt einen Locken und einen Locken, oder nicht? Es gibt einen neuen Produkt. Ich sage das Produkt Development. Ich sage das nicht, weil es der Market ist anders. Market ist nicht immer geografisch. Market also bedeutet die Targeted Area. Kann jeder jemand, der Locken kauft, kann er das? Nein! Es gibt einen Locken, wir haben einen Locken. So jeder Person, die Buyer der Locken, ist nicht der Buyer der Ecke. Die Buyer der Ecke und der Locken sind sehr unterschiedlich. Leute, die Leute mit mir sind. Sie kaufen mir auf WhatsApp. Sir, eine Frage. Die Locken sind in Indien. Die Locken sind in Indien. Die Marken sind gleich. Die Marken sind nicht immer geografisch. Die Marken bedeutet, die Leute, die du target bist. Sie sind nur geografisch. Ich sage das nochmal. Ich sage das nochmal. Eine andere Person, der Name ist Vijay Saab Malia. Sie sind nur geografisch. Sie haben hier, Sie sind nur geografisch. Aber die du UNITED BRAVERYS Sir, der Name ist eine große Feringi. Was ist der Papa? Wittal. Wer ist der Papa? Vijay Wittal Malia. Vivi Malia. Wittal versteht man? Er ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Wittal ist ein Mensch. DEVMANUS. Wie ist die Kinder? Wittal ist ein Mensch. Wittal ist ein Mensch. Und die Menschen, die hier sind. Alle Leute sagen, die Menschen sagen, die Menschen kommen, die Menschen kommen. Der Name ist der Papa. Die Firma ist der Firma. Die Firma ist der Firma. Die Firma ist der Firma. Die Firma hat eine Firma in der Firma. Und er hat sie eine Frau. Das war ein Talent. Er hat 21 Jahre alt. Er hat 40% gewonnen. Wer hat? Er hat eine Firma gemacht. 1945 bis er hat die Firma gemacht. Das war er in den letzten Jahren. Ich dachte, dass er sehr gut ist, dass er so gut ist. So Papa hat seine ganze Arbeit auf ihren Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar. Das ist die ganze Zeit von 1915. Ihr könnt sehen, in 1944, Wittal Malia wird der erste Chairperson. Die Firma hatte in 1915. United Breveries bedeutet, das ist von den Englern. Englern, Englern. Englern kamen, die in Indien zu holen. So, in 1948, wenn die Stadt von Bahrt getroffen hat, hat er schon gesagt, Wittal-Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar, der sich mit Ende des avantagrives vorhaats. Jaison. Kaٍberung Leeu! Seine Hohnaar-Hohnaar-Hohnaar, Und in 1978, er hat sie gesagt, dass Kingfisher ihn launchiert. Viele Leute denken, dass Kingfisher nur Airlines ist. Kingfisher ist ein B.A.R. der Name. Und die ganzen Geld haben, was Kingfisher von K.A.N. launchiert? Hey, Alter! Dann haben sie gesagt, dass sie die USA und die Markets Expansion haben. Die UK haben, die USA haben. Sie wissen, bitte. Wittalji hat in 1981, was er gemacht hat, und in 1982, was er? Was der Market Penetration und was der Market Development? Market Development. Oh, erst mal ein B.A.R.E. Aber du hast einen C.A.N. verleicht. Der C.A.N. verleicht, der C.A.N. verleicht. Der C.A.N. verleicht. Der C.A.N. verleicht. Dann hat er den C.A.N. verleicht. Sie haben den C.A.N. verleicht. Sie haben den C.A.N. verleicht. Sie haben einen Menschen, die sich sehr viel Arbeit machen. Sie haben sie immer gemacht. Sie haben immer den C.A.N. verleicht. Sie haben Diversifikation gelandet. Sie haben nach dieser Person, die ihnen gemacht hat, seit einem Jahrzehnten. Ich habe gesagt, Sie haben nicht alles einen Job. Sie haben die eine Situation, die Ihnen ist in der daushahun. Sie haben keine Arbeit gemacht wird. Sie haben eine Arbeit gemacht. Ich sage, nein, ich will beginnen. Ich sage, dass die Airline ein neues Produkt ist? Kingfisher Airline, die Leute von Accounts kennenlernen, Kingfisher Airline ist die subsidiary company, holding on the subsidiary of holding company UB. Ich sage, dass die Amaz-Germissioner holding werden, die Accounts haben. Das ist die Real-Life, das ist dein Real-Life. Wer holding ist? UB holding. UB hat seine Daru-Ka-Päßah leh leh, leh leh, leh leh, leh leh, leh leh, die Leute unterkamen. Kingfisher Airlines launched. Wer wird die Diversification? Wer wird die Diversität? Nein, ich habe eine Frage nicht verstanden. Die Diversität ist kein Produkt. dass die Kingfisher Airlines ein Produkt ist, aber wie ist die Markets? Wir sehen uns erst ein Darm zu machen, aber wir sind ein Produkt, wir sollten ein Produkt development machen. Wir haben uns jetzt die Hawaii-Chats nicht in Indien. Die Leute sind in Indien, die in Indien sind in Indien. Die Markets sind in Indien. Das ist die Problem der Erkrankung. Die beiden beiden Birenen sind einander? Wie ist das? jeder will P dranbleibel überrasen und jeder will mise aufs compatible Das ist ein Produkt neu ist? Ja. In der Zusammenarbeit? Es ist ein Produkt neu ist oder nicht? Es ist ein Produkt neu ist. Es ist ein Produkt neu ist? Es ist ein Produkt neu ist. Die Diversification ist vorbei. Can you please write all the examples, guys? Page number, in which place you have? 2.21 2.21 Jetnä loge book laae, lighna saa loo ko rau. Baki loge chutthiyo ko baad mei book pechipka deena. Jaldi se likao, jo mei example dee rao. 4 chisei hai vohan pe. 2.21 Chutthiya bursa deena tu. Chutthiya lagate chalou, example. Abhi suppose, yahan pei to jagha hai, aas paas toh chutthi ki jorot nahi padeegi viesse. Tauki is ke left right mei jagha hai. Batao, mei jho poochro, javaab denge. Bolo baii. Haldiram. Coca Cola worldwide. Haldiram, Coca Cola, Apple worldwide. Bolo jaldi se. Market development. Haldiram, Coca Cola, Apple pure world mein bikta hai. It's about market development. Aage aur bada na ho ga hai bai. Bolo jami kis ki baat kar raha ho. Maruti has introduced Ignis and Brisa. Product development. Maruti, Ignis, Brisa. Cadbury celebration. Same product, same market. Thoda change kar diya bas. Market penetration. Nano awesome. Nano awesome. Nano awesome. Nano awesome. Market penetration. I am giving you an example. I am giving you an example. Tell us where we will write. Tata Hexa. Tata Hexa. Product development. I am giving you an example. 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 Tell us Kingfisher has started airline. So the product is new here? Yes. And tell us. Is there a market also new? Yes. Where will it come? Yes. Kingfisher Airlines. Was started by UB. UB has launched the product of Kingfisher Airlines. The product is new and the market is new. Because both customers are different. The product is different. Godrej. Locked to Godrej poultry. Diversification. Diversification. One thing I will ask. Koko 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 Koko. Same product is same же Koko 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 Konto Mhouri but they will taste better in style. Das ist ein Portfolio. Portfolio. Was ist das Portfolio? Was ist das Portfolio? Was ist das Portfolio? Das Portfolio ist 2.16. 2.16. Kannst du das Portfolio Analyse sehen? Ja. Hast du gehört Portfolio? Ja. Heute, ich sage, was das Portfolio bedeutet? Portfolio bedeutet, was? Wenn es ein neues Konzept ist, dann muss man sehen. Das Portfolio bedeutet, jetzt habe ich eine Strategie gelernt. Was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Das habe ich gelernt. Ends of habe ich gelernt. Ends of. Jetzt ist das Portfolio. Portfolio, dann sage ich, Portfolio ist the goods and services offered by company for the customers. Portfolio ist the collection of various goods and various services offered by organization to the customer. For example, Apple Portfolio. Apple haben die welche Sachen launchiert? iPad, iPod, MacBook, iPhone, iTV, iTunes. Was das? Was das? Das ist das. Das ist das. Apple Portfolio. Das ist das. Das ist das. Apple Portfolio. Das ist das. Das ist das. Portfolio. Das ist das. 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 Das ist das goat pops. yoga lend희, Ich habe nichts zu sagen. Baba Ka Teel Bhi Aata Hai Baba Ki Daipers Bhi Aate Hai Sondari Koko Anti Easy Green Baba Ka Shampoo Baba Ka Conditioner Baba Ki Kesh Kanti Dant Kanti Anti Wrinkle Baba Ka Shampoo Baba Ka Sabah Da Chavan Brush Aarek Kamino Kuttho Aarek Tum Kuch Bhi Bode Rhe Baba Ki Naam Pei Baba Ka Kutka Nahi Aata Kuch Bas Ok Enough Bas Bae Baba Bae Baba Kho Baba Ka Jo Portfolio Hai Kya Voh Apple Ke Portfolio Se Behut Jyada Hai Baba Ke Portfolio Me Is Wakt India Me 850 Se Bhi Zyadha Product Ho ČCuky Hai Or Baba LagaTar Nye Nye Product Likha Ra Rhe Baba Raat Me Soche Que Kale Product Aya Da Raat Baba Ke Product Me O Soch Me Se Vee Ek Raat Ka Antar Hai Baba Bae Tok exhibition Baba Sambhi Lagobra programme Baba Ji G üçe Kali Choa Park Baba Bae Toko++Ka Das ist wichtig. 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 das ist, das ist. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. ist wichtig. das 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 ist wichtig. ITCạiեղ impression LED 1 mandagang ITCM butterflies 1 mandagang ITC hotels 1 mandagang te sbio an going torrent ist, dass sie jeweils die CEO und alle burgers pair shamien alle Eleus allen was er combinei alle gegangen alle suited alle求en alle müssten alle 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 auch 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 Theory R.O.C. Registration ist ein, N.A.C.B.C. Listing ist ein, die Profit Center ist ein, Manager ist ein, die Strategie ist ein, Objective ist ein, Policy ist ein, Purpose ist ein, Mission ist ein, Vision ist ein. Das ist ein. Papa ist ein. Papa ist ein. Aber Kinder haben einen, die anderen nicht ein, die beiden nicht verstanden. Das bedeutet, dass du nie gesehen hast? Papa ist ein, ein Papa ist ein. Aber in einem anderen nicht, kein Connection ist ein, alle Manager ist ein. Und das ist ein, warum Manager ist ein, wenn man ein, wenn man ein, wenn man ein, dann wird das bestimmte Manager sein, dann wird das zustande sein. Das ist so, Tata hat. Tata hat auch seine SBUs gelegt, viele Tata hat. Tata hat so viel gearbeitet? Once Rattan Tata hat, jemand fragt sich, wie ist die Unternehmen? Die Unternehmen? Rattan Tata hat gesagt, ich weiß nicht. nicht. Jetzt gehen wir auf die Website. Leute haben sich die Wahrheit auf die Website. Man hat Spaß. Wer hat seine Firma? Tata Group. Tata Group of Companies. Wir gehen auf die Website. Wir werden hier weitergehen. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ...... ... 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 When you write in the examination, use word fortune-finded, write something about this. So you'll understand, if you're a kid, you'll be able to write it in the language of a model. The most valuable companies in the world, number one, Amazon. Sir, what was that? What was that? Walmart number one, fortune-finded, on the basis of turnover. Here it is the valuable, on the basis of share market, share price. Share price, understand? Share price means, listen one more time. Number of shares, multiplied by market value is equal to how much money. 802 billion dollars. Sir, 802 billion dollars, and Jay Bezos has 130 billion dollars. This is the value of company, the value of company. And the value of that before, is 130 billion dollars. Jay Bezos. He has its own network. And this is the whole company's network. You're saying network. What is that? And what? What is their number of shares? SBUs. Why did SBUs make it? Barron Buffett. Barron Buffett. Barron Buffett. Where are they? USA. 5th company USA. We are. Facebook. 6th company USA. We are. For sale. trabajar is usually not having a matter. It's the only reason that they have a PR. Give us much money. South China America. In comes to funding so, October 7th. war company has a event. Why are they targeting tomorrow? 14th company. Or如果 that就是 you driving fromaltitha, 1 in qualcosa to talk about 20%? May the need to go out, They are inherently well- thve mental health that needs to come out. Ich habe gesagt, dass die Toys in Puna in die Toys sind, die die Machines der Machen hat. Das ist die Kinder. Der Vater ist das. Die Machines, die sehen Sie nicht. Die Mons sind nicht Gaming Zones. Das ist das. Ali Baba, in der nächsten Mal. Jack Ma. Jack Ma, das ist der Ressort von Jack Ma. Wir haben nichts. Und Jack Ma auch in einem eigenen Story. ist und heute dieser Mann hat 10 Mac-Di-Kharinne und er war in den letzten Jahr, er war der Asia's Top Richest Person Mukesh Rambani, das ist der nächste Jahr. Asia's Richest Person ist Alibaba Alibaba, er ist die Website der Namen. Johnson & Johnson Again American, 7th American Top 10 Wir sind hier, er sind sie. J.P. Morgan, weißt du? Again USA, Investment Banking Company. Wir haben hier nichts. Wir werden Chai beten, Vaishali Hotel, Wir werden hier. Wir werden hier in S.B.U. Los, wir beginnen. Diese ganzen Beispiels, die ganzen Beispiels, die ganzen Beispiels, damit wir immer wieder zu sprechen sprechen, die großen Höhe sind. Sir, Wal-Mart, der Ranking der Ranking ist Fortune 500 Ranking on the risk of turnover. Das ist Wal-Mart Nummer 1. Valuation ist nicht auf Nummer 1. Aber die Top 10 Ranking, das ist Valuation. Wenn man die Jai, es bedeutet, 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 SBC, Cars, SBC, Jeans. Wenn SBC hat so viel launchiert, dann sagen wir, dann sagen wir, SBC und SBU. Add, present. SBU, keine SBC, keine Haldirahm, keine Haldirahm. Denn sie sind die Produkte. Lesen wir hierher. Exambles. ITC-SBU. Lesen wir, SBUs. Fertig, Fertig. Fertig, Fertig. Ich habe hierher. ITC-SBU. Fertig, Fertig, Fertig. Tobacco. Then Stationery. FmCJ-Meyer, Stationery. All in that. Number two example. Google. Google. Google ist eine Baby. Das war jetzt schon. Also, was das Alphabet der S-Views? Ein ist Google. Alphabet der S-Views ist Google. Ein ist Fiber. Google X. Google Kapital. Das ist sie für die Finanzierung. So. Next. Ich frage eine Frage. Hier in Google, wie viele Kinder? Ich frage eine Frage. YouTube, Android, Apps. Warum haben sie alle anderen S-Views nicht gemacht? YouTube, die alle S-Views sind. Android, YouTube, Technologie, die alle anderen S-Views sind. So alle Technikale-orientiert Kinder, werden sie alle S-Views auf. Don't think. YouTube ist eine andere S-Views. Das ist nicht so. Android, YouTube, die alle S-Views sind. Die alle S-Views sind. Wie ist das? Tata? Tata SBU? Tata Motors SBU Tata Steel SBU Tata Steel SBU und noch mal Taj Tanishk TCS Exit Robust Tata Just write down Tell Sbu When use company having similar product or diversified Companies having diversified products Companies having diversified product Companies are having what diversified similar diversified product Use SBU Use SBU Look companies having similar kind of products Look companies having similar products Like Haldiram Companies having similar product Like Haldiram Having No no Haldiram Where products Where Haldiram Where products can be sold out under one roof Where products can be sold out under one roof Now Haldiram If you go to one shop Everything will get But one shop Tanishka and Namak Which cannot be sold out under one roof Which can be sold out under one roof Does not need Does not need Does not need SBU Haldiram goe SBU No need Now Tell demons One 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 person One CEO Can not manage all the SBUs Last line Bet ho, her SBU ka kia kia alag hai Her SBU, abhi inke sabka alag kia hai Inke managers alag hai Lekho, every SBU has Last line Every SBU has, bolu kia alag Aray kia alag Every SBU has what, different Managers Coma, competitors bhi unke alag hai Strategies unke alag hoongi Balance sheet alag hoongi Taki profit alag nikale Mission alag hoongi Vision alag hoongi Goals alag hoongi Etc Unka sab alag hai Aur aapas mein kooi bhi rishita Kabhi aapne dekha na youtube Android ko promote kabhi nahi karega Aisa kabhi promotion nahi hooga To aaj hamne kya dekha, SBU dekh liya Portfolio dekha And hamne dekha, ENSOF I'll see you guys Shab at 430 For FM Thank you so much I'll see you tomorrow Thank you guys Aur jo bhi nne aaj Itna yaad kar lena Ghar jake Top 10 companies ke baare mein Siv list down kar dena Top 10 companies fortune finder And top 10 companies valuation wise Google pe me Lik lena aapne baas chithiho mein Thank you so much